ein bisschen angespannt die katze, aber die läuft hier rum die läuft rum warum liegt der eigentlich 5k oben eher so hold on, wait a minute das für ein Skin habe ich noch nie gesehen das für ein Skin komplett rot einfach das wollte ich hören richtig was passiert hier der macht wieder den Tom Cruise ah, juckt mich nicht ah, don't care, man also wenn das nicht eine exotische Waffenkombi ist dann weiß ich es auch nicht mehr bei Matze, was geht äh, boah, keine Ahnung ich spiel nachher mal im Stream äh, was ist das? äh oh Gott, this is gonna be bang around, I guess Leishi, danke für 17 Monate lieber ich danke dir vielmals yo, das wollte ich nicht moin Chimi, was geht, Bro was geht, was geht wie weit bist du, Matze bei Remnant oh, wie habe ich das gerade fast überlebt warum habe ich gerade so viel geschluckt mein Gott, der wurde von einem anderen gekillt Gott's Plan starts playing auch einfach mal Glück haben hier nur erste Welt okay, man ja man, der ist tot der weiß es nur noch nicht ich spiel nachher im Stream ein bisschen ich spiel nachher im Stream ein bisschen guck mal guck mal das ist doch jetzt wirklich von allen Toten der der meisten Bullshit ist ich schieße ihm nur in seine Butterbirne zeig mal nice er töte mich wegen Flinch nice, nice mach das, Matze Sounds good to me, my friend Sounds good to me, man Moin Tronte, was geht Alter What the fuck Hat der Zug gerade meinen Loadout kaputt gemacht? Er hat meinen Loadout kaputt gemacht Bro Ich wollte ein YouTube-Video aufnehmen Jamie Belfort mit einer 5er Sub-Bomb hier auf den Schrecken lass dem Mann mal einen Handshake da Jamie, ich danke dir doch vielmals für die 5er schenken Sub-Arenos Thank you very, very much Dick, er macht einfach mein Dings kaputt, ja? Was soll die Scheiße, Mann? Vielen Dank, Jamie, für die 5 Für the 5 gifted, my man Matze, spielst du eigentlich mit dem PS5-Controller? Moin King Montana Danke dir, Jamie Bester Mann Vielen Dank für die 5er Sub-Bomb Boah, das nimmt hier meinen ganzen Pace aus der Runde raus Das nervt jetzt Ich hätte schon 100 Kills oder so Geile Waffe da Moin Ryuki Ich hätte echt schon 100 Kills Riding, ne? Safe Finde ich auch felsenfest davon überzeugt Und als mit dem Loadout habe ich Legit noch nie gesehen Versich mal, dass das geht Was ist das? Boah, das würde mir richtig stinken Er hat sich gerade ein Loadout gekauft Der Arm Aber Lino, danke dir für 33 großzügige Monate Die Fennig wieder stark Alter, warum liegen hier 4K oder so? Wir spielen gerade zum ersten Mal Ich probiere gerade ein paar Ein paar exotische Loadouts Also halt jetzt nicht nur Meta-Waffen Und Ich versuche ein bisschen YouTube-Content dafür zu machen Ihr könnt mir auch gleich mal eine Trecks-Klasse sagen Und dann spiele ich eure Trecks-Klasse, wenn ihr wollt Aber da brauche ich wirklich eine Trecks-Klasse im Sinne von Waffe plus Aufsätze und so, ne? Können wir auch mal eine YouTube-Serie machen? Ich weiß ja momentan nicht wirklich, was ich auf YouTube hochladen soll Boah, son ist echt sehr dead Dankeschön, Baba Lino für 33 Manfs Dann kriege ich seinen Cash Wurde gerade sagen Haben die sich gegenseitig gekillt oder kämmt der dahinter? Ist er da gelandet? Er ist da hinten gelandet Fennig an sich eigentlich auch eine geile Waffe Aber Muss ehrlich sagen Oh nice Okay Alter, das habe ich gerade alles abbekommen, bitte Die Time-to-Kill damals und so War schon geistkrank, ne? Da war auch noch das andere Leben, ne? Ist hier noch jemand? Oh shit Der ist Warner, ich glaube er ist auf dem Dach, oder? Ejo Da müssen wir jetzt mal gucken Ich spiele in 1440 Also nicht Ich spiele Eins unter 2K sozusagen So eine besondere Auflösung Und die kann nur ein ganz besonderer Monitor Deswegen Boah Die Frage kann ich dir nicht beantworten, Trast Ich weiß ja gar nicht, was du filmen willst Auch mit der Drohne Malte hat schon ein paar sehr schöne Spots Auf jeden Fall Ob es sich jetzt lohnt Hier extra hinzugehen Mit einer Drohne Das kann ich nicht beurteilen, mein Bro Scheiße, das war knapp Das war knapper als es eigentlich sein sollte Meiner Meinung nach Ich vergesse von auf Daten an bei der STW, ne? Guter Abschuss Markiere den Rest des Trupps Ist er in der Luft? Viel Erfolg Er ist so eine Krab, halt Guck mal This guy was such a crap Abschuss bestätigt Wir haben den Rest geoutet Ja, gibt's Gibt's Safe Trastics Maury hat da mal ein bisschen was gefilmt Mit der Drohne Aber ich würde ungern Die Frage beantworten So Weiß ich nicht Also Keine Ahnung Hat auf jeden Fall schöne Flecken Auf jeden Fall Aber da musst du schon ein bisschen Auch um die Insel dann fahren Das ist jetzt nicht alles so an einem Ort Malette hat auch cool Aber ich weiß nicht mal Ob man Wohl Ich glaube in der Drohne Darf man schon fliegen, ne? Halt immer Wie lange dieser Spawnschutt Ist das so krank Das geile an der Weste hier ist Dass ich jetzt auch Leute mit Geist sehe Das ist ein bisschen geil Warum kann ich jetzt nicht klettern? Holy shit Das ist game Das ist scheiße Und im Wasser Und wir sind safe Warum sind wir im Wasser safe, Chat? Weil man im Wasser nichts sieht Und das Wasser völlig trash ist Die feiten sich da jetzt Alle gehen ins Wasser, oder was? Und ins Wasser Oh 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 sterbe ich jetzt aus dem wasser? gut möglich. ich habe high alert, das ist schon mal gut. und noch zwei smokes. der kommt hier oder? ich track ihn kurz mit strike pack, ja der kommt hier. das ist so dumm mit dem wasser, ne? nein 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 bitte nicht, wie konnte ich da jetzt nicht eine kugel treffen, chat? hat jemand eine erklärung? eine plausible? toro wir bleiben jetzt einfach auf der brücke. we stay on the bridge, ich glaube es ist keiner mehr rechts, wobei der eine typ den ich da gesehen hatte, das war ein standard skin, ne? weiß ich gar nicht ob der schon rübergecross war, dass der mir jetzt gleich den rücken ballert. der frech fratz. der ist geil, du willst wissen. er ist ins wasser, ne? oh ist das geil. da kann ich leider nicht hinspringen, weil da bin ich im nachteil. das wollen wir ja nicht. this guy just stole my kill. guck mal, ich sehe nichts. marvinator. habe ich gerade beide smokes benutzt? das ist nicht so gut. was? Ja. Wie schwach die Fennec gerade war, oder? Digga, ich hab ihm glaube ich sieben Kugeln gegeben, nachdem er Sheetbreak war, oder nicht? Sechs, sieben Kugeln, Digga. Holy shit. Oh man.